Leute, mich hat gestern eine Nachricht erreicht. Angeblich soll sich Tanja in ihrer Story verplappert haben, dass sie Julian schon im November kannte. Boah, wir waren noch irgendwas bei DM oder so einkaufen. Was war das noch? In Berlin haben wir ein Geburtstagsgeschenk gesetzt. Stimmt, stimmt. Okay, das war es. Leute, erstmal folgt Tanja, der Schwester von Bibi, nicht. Und warum soll die neue Freundin von Julienko, der Schwester von der Ex-Freundin, ein Geschenk kaufen? Das macht keinen Sinn.